Darf ich? Darf ich? Ich brauch ein Bild. Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Wie war das? Ein uniformierten Polizist darf man nicht alleine bedrohen? Ja, ich bin ja eigentlich nicht alleine. Ich bin aber nur... Ich steig aus den Polizisten. Hilfe! Mann mit Waffe! Mann mit Waffe! Die wollen mich! Mach den... Mach die Beide put! Junge, ich hab 8 HP! Ey, ich hab nicht mehr auf den Idioten geschossen, er meinte auf mich zu schießen, weil ich habe... Angeblich auf ihn geschossen hab. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ich hab auch ne Aufnahme, der hat mich einfach alleine bedroht. Dann gehen sofort. Ja, mach ich auch gleich. Die haben dich einfach erschossen, ja? Jo, der andere meinte, ich hab ihn auf ihn gezielt, er hat damit nichts zu tun, hab ich ihn in Ruhe gelassen. Dann hab ich auf den anderen geschossen, dann meinte er mich, jetzt hab ich was zu tun. Machen die Kräutel und Frau Autos kaputt? Ja. Perfekt.